ja moin moin und ein recht herzliches willkommen zum nächsten rennen der gt lab meisterschaft liga 2 rennen 6 aus mount panorama live aus australien ja wir fahren heute den mount panorama motor racing circuit 60 minuten lang es ist eine echte strecke in australien streckenlänge beträgt 6,213 kilometer pro runde längste gerade liegt bei 1,9 16 kilometer pro runde und höhenunterschied liegt bei 174 metern das heißt es wird eine wunderschöne berg- und talfahrt so wir gucken jetzt mal bei jemandem mit rein der nehmen wir einen plattlinger guten abend frehlein schön dass du wieder da bist ja ein bisschen leiser gemacht ihr seht es fängt an mit einer engen links kurve dann geht es auch schon los auf eine erst mal lange gerade hier noch über den berg runter und jetzt muss man dann aufpassen weil es geht rechts dann noch mal nach links und da muss man dann generell aufpassen dass man nicht dort rein noch mal nach links und dann muss man dann generell aufpassen dass man nicht dort rein und da dreht er sich jetzt aber er fährt weiter dann fahren wir mal beim atomic mit da habe ich aber den luck bug leider guten abend sunday und sunday guten abend kingcam wenn ich mich recht entsinne so man sieht es dann hier ganz gut links kurve hier muss man dann aufpassen weil jetzt geht es bergab rechts links kombination da muss man nachher brennen aufpassen dass man früh genug abbremst noch mal links rechts kurve da muss man dann auch aufpassen dass das heck natürlich nicht ausbricht und abhaut noch mal links kurve und dann geht es auch schon wieder vom berg runter da vorne kommt noch mal eine schöne gruppe aber hier ist jetzt eine lange gerade wo man theoretisch überholen kann dann geht es noch mal eine offene rechts kurve jetzt muss man aufpassen links kurve kombination und rechts kurve noch mal dass man da nicht raus fliegt aus den kurven zum schluss noch mal eine kurze gerade und dann noch mal links rum durch die enge links kurve ja und dann ist sie fahrt auch schon zu ende ja ich drücke jedem von den jungs da die daumen kinkern mal lieber wie geht es dir eigentlich alles klar bei mir danke das freut mich es freut mich aber es ist eine große ehre dass du wieder bei mir zukunft wenn ich auch und liebe grüße an die ganze lab aber mir ist soweit alles ok muss heute morgen noch mal zum zahnarzt und ja ansonsten versuche ich halt irgendwie mein leben zu leben habe mich jetzt dienstags dann für die auditorin wagen meisterschaft mit eingeschrieben und versuche dann hihihi chris hat mir bescheuert gesagt alles klar ja ne wie gesagt ähm der guten abend chris ja wie gesagt ich habe jetzt bei der atm eingeschrieben da ich da ja nicht mehr streame dann dachte ich mir komm fährst du da mal mit und dann gucken wir einfach mal was es wird mit katar da habe ich auch einen lakback leban plötlinger nicht ihre mythos auch nicht 10 pinstrike auch nicht sieht wieder on point aus so chris da habe ich ja das letzte renn leider verpasst mit einem lamborghini unterwegs auch interessante wahl bonnie schnellste rundenzeit mit 2 minuten 4 6 93 der hat mir gestern schon mitgeteilt er hat das letzte rennen gewonnen ja gucken wir einfach mal wie es heute wird auf Playtost oder umgangssprachlich auch oder umgangssprachlich auch äh bratwurst genannt ob sie auch wieder mit dabei ist Norman, Skeda, Suisawa, Mikata Florian aktuell mit der 2 schnellste ne der hat noch keine Zeit gesetzt bin ich mal gespannt hat jetzt der tampenstrike nachgesetzt mit 2 minuten 6 guten Abend frio fritz schön dass du da bist mit 2 minuten 6 1 1 1 5 lol 1 1 5 bleibber atroian umgangssprachlich beist ические Florian hat den irren Mythos hinter sich. Wie ist die Schaden? Schönen guten Abend. Schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Danke dir, Chris, noch für deinen Follow. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Voni aktuell für ein Fahrzeug hat. Ah, okay, der für Porsche. Auch interessante Fahrzeugwahl hier. Aber man muss schon sagen, der Voni ist wirklich on point für Liga 2. Kommt jetzt rein. Genau da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu weit rauskommt. Ansonsten kann es sein, dass man vielleicht rauslegt, fünf Sekunden Zeitstrafe bekommt und so weiter. 10-Pin Strike mit 2 Minuten 5, äh, 4, 9, 9 hat er hingelegt. Starke Zeit, Irre Mythos, 2 Minuten 6, 2, 2, 3. Atomic, 2 Minuten 7, 0, 51. Nikata hat noch keine Zeit gesetzt, so wie das aussieht. Chris, 2 Minuten 8, 8, 9, 4. Plattlinger kommt an die Box. Da war die schnellste Rundenzeit. 2 Minuten 12, 2, 3, 5. Chris setzt noch, aber das sieht so aus. Ne, die zweite Runde war auch anscheinend eine Boxensrunde. Snowman, Snowman, Süß-Sauer, Florian, Skeda kommt noch mal raus. Geht dann gleich in 10-minütige Qualifying. Und dann, ja, da muss man auch aufpassen. Aber da ist ja die KI, glaube ich, noch dran. Wenn man da rausfährt, dass man da dann nicht über die Linie kommt. Danke dir, Mizi, noch für dein Follow. Wollen die an der Box. Und Snowman nachgesetzt mit einer 2 Minuten 8, 0, 2, 4. Man könnte ja meinen, 2 Minuten pro Runde sind schon heavy. Das ist auch so, aber wo man einen Vorteil hat, man hat es einfacher zu rechnen, wenn man jetzt den Sprit ausrechnen möchte, wie viel man noch tanken muss oder so, für den Schluss sind als Beispiel. Jetzt drückt euch die Daumen allen anderen auch ein schönes Rennen. Und dann, ja, da muss man auch aufpassen. Erbsi steht da anscheinend quer. Lattlinger. Ja, da verbessert sich nicht hier. Ich glaube, mit dem Auto hat er für diese Saison tatsächlich ins Klo gegriffen. Was geht da? Der fliegt nochmal förmlich. Der fliegt nochmal förmlich. Dein Pinz3 hält sich aktuell sehr gut noch. auf dem zweiten platz fest er hat da eine super zeit hingesetzt jetzt gucke ich mal 1935 qualification alles klar guten abend atomic ja 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 Aber ich muss sagen, der Bonny kommt hier wirklich sehr gut durch. Der hat ja eine sehr gute Performance drauf, aber nichts, was einen großartigen Schaden verursachen könnte hier am Bonny sein Porsche. Gestern war ja das große Finale der Speedhunters World Trophy, hat mir wie gesagt großen Spaß gemacht. Mal sehen wie es im Rennen wird, natürlich schnelle Rundenzeiten fahren kann jeder, aber im Rennen 60 Minuten lang umzusetzen ist halt dann doch nochmal eine andere Hausnummer. So, jetzt geht es dann los. Wir starten ins Qualifying. Oh, das sieht doch mal hübsch aus ins Qualifying. Und da geht es dann auch schon fröhlich raus. Für die Ersten hier. Ganz vorne fährt süß-sauer. Der donnert da schon mal runter. Ich glaube, der hat sich jetzt seine Kraft aufgespart und zeigt jetzt gleich dann, wenn er die schnelle Runde antritt. Hier im Qualifying, was in seinem Peugeot RCZ drin steckt. Auch mal sehen. Irre Mythos im Porsche hinten dran. Danach Monkey D'Ruffy. Der Teamkollege von Plattlinger. Mikata auf F4. Da überholt jetzt aber der Vanny einen. Da wurde wunderschön überholt, muss man sagen. Da wird ja. Ja. Da überholt. Da überholt. Da überholt. Da überholt. Da überholt. Blattlänger Mekata Ja, kann auch sein, dass er sich einfach mal ein ganz anderes Design genommen hat Ist ja auch okay, ist ja gar kein Problem Ich kenne ihn halt eigentlich nur im D23 Design Jetzt geht er Tempenstrike Tempenstrike Jetzt geht es dann in die schnelle Runde Chris im Ganz vorne währenddessen Ich kenne mich Ich kenne mich Ich kenne mich Und da bin ich mal gespannt, was jetzt ein Süßsauer auf den Asphalt bringt. Und Süßsauer fährt damit, ja, Vonny fährt aber schneller, 2 Minuten 4, 6, 2, 5, aber trotzdem starke Zeit, 2 Minuten 5, 2, 3, 1. Von Süßsauer, Skeda, 2 Minuten 5, 6, 5, 4. Monkey D. Raffi, 2 Minuten 5, 6, 6, 7, 2 Minuten 5, 6, 9, 2. Vom Irre Mythos, Tenpenstrike, 2 Minuten 5, 8, 0, 2. Snowman, 2 Minuten 6, 8, 2, 5. Florian, 2 Minuten 7, 9, 6, 3. Mikata, 2 Minuten 8, 0, 3, 5. Plattlinger, 2 Minuten 8, 2, 9, 4. Atomic, 2 Minuten 9, 0, 3, 6. Öpsi, 2 Minuten 10, 3, 11. Und Chris, 2 Minuten 12, 6, 9, 8. Öpsi kommt an die Box. 1 Minuten 8, 9, 10, 3. 2 Minuten 11, 12, 6, 9, 9, 10, 13, 30, 31. 1 Minuten 8, 10, 31, 11. 3 Minuten 14, 11, 43, 1, 12, 6, 9, 10, 13, 31. 2 Minuten 5, 11. 1бу 1, 12wer, 8, 21wer. 20ает of 20, 13, 14, 16, 18, 21wer. Ganz starker Zweikampf. Zwischen Bonny und da hat sich der Monkey D. Ruffy stark verbremst. Quanny muss bald rein zum Nachtanken. Oh, Chris, der hat nochmal eine Zeit hin gemettelt zu 3 Minuten 4, 5, 8, 8 und fährt damit auf 1. Wow! Ganz stark! So! Der hat ein richtig starkes Ding hin gefahren, keine Frage. Bonny. Oh, der hat einen Weihnachtsbaum. Da ist die Front kaputt, die gesamte Front. Und beim Heck fehlt nur noch hinten links die Achse. Skeda auf 3. 2 Minuten 5, 2, 0, 5. Oh, da hat sich Skeda verbremst. Aber der hat nochmal alles aus dem Auto rausgeholt. 2 Minuten 3, 9, 7, 6. Wow! Ich glaube, auf der Strecke, wenn es nach der Strecke gehen würde, wären einige vielleicht nochmal Liga 1. Obwohl, wenn ich mir die Liga 1 dann so angucke, ich glaube, das sind dann 2 Minuten 2 Sekunden Zeiten vielleicht dann doch an der Tagesordnung. Da hinten sieht man ihn im Hintergrund. Skeda dann Chris. Chris muss nochmal nachlegen. Bonny legt auch nochmal nach. Der war an der Box. Hat das Auto gebaut. Frischer, weicher Reifen. Ein bisschen nochmal Sprit rein, damit die Karre leicht ist, man trotzdem fahren kann. Snowman. Hat auch nachgelegt. 2 Minuten 5 Sekunden 0, 6, 4. Süß, sauer. Da ist die schnellste Rundenzeit immer noch 2 Minuten 5 Sekunden 2, 3, 1. Der setzt aber auch nochmal nach. Irre Mythos 2 Minuten 5 Sekunden 2, 7, 8. 20 Sekunden 3, 8. 10 Sekunden 3, 9. 20 Sekunden 3, 9, 20, 3, 2. Das ist sehr schön hoch. Jetzt kommt sagt schauke. letzte runde letzte runde für alle dann starten wir dann gleich wunderbar ins rennen da hat sich doch einer gedreht das war manki raffi daten frontschaden und von der rechts die achse kaputt florian setzt noch mal nach guten abend srb und hier 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 ja so weit das aussieht sind alle durch bis auf Süßhauer der in der box steht da müssen wir dann jetzt dann noch die zeit müssen wir dann jetzt noch die zeit rumkriegen jetzt weiß ich aber auch warum es an der bühne an der tribüne auf der anderen seite von meiner ja von meinem ist von meiner von meiner kommentatoren häuschen so laut ist wenn der der fanclub bebt vom christ sehr spannend auf jeden fall auf jeden fall auf ein gutes rennen das wird richtig geil so wir kommen zur startaufstellung nach einem kranken qualifier startet skater von platz 1 mit einer zwei minuten drei sekunden 976 danach chris platz zwei zwei minuten vier sekunden 369 vonny platz drei zwei minuten vier sekunden 625 dann aus normen platz vier zwei minuten fünf sekunden 064 süßauer platz fünf zwei minuten fünf sekunden 231 irre mythos platz sechs zwei minuten fünf sekunden 278 tenpenstrike platz sieben zwei minuten fünf sekunden 311 manke die ruffy platz acht zwei minuten fünf sekunden 667 atomic platz neun mit einer starken zwei minuten sechs sekunden 377 florian platz zehn zwei minuten sieben sekunden 234 chris platz 11 zwei minuten sieben sekunden 245 mikata platz zwölf zwei minuten acht sekunden 035 plattlinger platz 13 zwei minuten acht sekunden 294 und öpsi platz 14 zwei minuten zehn sekunden 129 fünf minuten pipi pause alles klärchen ihr habt es gehört dann hören und sehen wir uns gleich wieder bis gleich Şimdi Dr Vielen Dank. 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 Jetzt kann es dann losgehen. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Und dann, ja, wow, schon Rennen 6 in Saison 3. Wie schnell die Zeit vergeht. Oh, ich hab' ich habe leider den Start jetzt verpasst. Tut mir leid. Und dann, ja, 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 ja. Ist auf mittel gestartet. Und dann, ja, 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 ja. Und da kommt er, ja, 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 ja. Mikata 10 Oh, der verbremst sich da Da ist Öpsi dicht hinten dran Das kann was werden Da macht er zu Und jetzt auf der anderen Seite Da kommt jetzt ein Öpsi dran vorbei Ohne Probleme Wirklich wunderschön überholt Mit Dauer, Mikata bleibt hinten dran Dann Plattlinger Florian auf 13 vorgefahren Süßauer war in der Box Auto zumindest gebaut Untertitelung des ZDFerr1u5s skater ganz vorne mit 3,2 sekunden vorsprung danach chris irre mythos monkey raffi ja der monkey die raffi hat jetzt in den letzten wochen starke gegner mit in die dings rein bekommen das sieht auf jeden fall sehr stark aus auch da vorne aus zwischen irre mythos und tenpenstrike oh da ist monkey raffi dem tenpenstrike hinten drauf gekracht der hat einen weihnachtsbaum da blinkt die karre ihre mythos ist auch wo reingekracht chris hat noch wunderbar und skater auch aber der baut langsame zeit auf zwischen sich und chris 3,3 sekunden 8,4 sekunden auf irre mythos da wird ja noch gekämpft und vonny auf 6 wieder vorne snowman 7 atomic auf 8 chris auf 9 mikata 10 epsi 11 latina 12 florian 13 und süßsauer auf 14 troschen w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020 Chris, währenddessen auf zwei Eremytos, bleibt draußen genauso wie ein Tempenstrike, Monkey Ruffy genauso Guten Abend Staff Gaming, schön, dass du auch da bist Bonnie starten auch hinten dran Ja, da fehlt an sich nicht mehr viel Da kann ein Bonnie schon versuchen anzugreifen Hinten dran ist ja ein Snowman auch Oh 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 Snowman Da ist Bonnie im Angriff Und Vonnie, ja, ne, da reicht's noch nicht, Tempenstrike, raus, aufs Kiesbett. Ja, Snowman hat sich das natürlich nicht entgehen lassen und hat dann natürlich direkt gesagt, ich zieh mit. Ist dicht hinter Vonnie, jetzt versucht daran vorbeizukommen. Ja, da versuchen sie jetzt beide, sich genug Zeit plott zu lassen. Und doch kommt Vonnie vorerst wieder raus, jetzt hat er sie verbremst und das ist die Möglichkeit für Snowman dann vorbeizukommen. Wunderschönes Ding. Atomic auf Sieben. Ist ja wieder mega laggy. Wann bekommt das... Moment. Wann bekommt das PD endlich mal gebacken? Ich weiß es nicht, Staff Gaming. Ich weiß es nicht. Es ist aber auch leider wieder mega lecky. Tenpin Strike kommt rein. Genauso auch wie Irre Mythos. Polyphonie. Ich weiß, was damit gemeint ist, Staff Gaming. Brauchst du mir nicht vorzuschreiben. Ich weiß, was damit gemeint ist. Ich kann es dir aber leider nicht sagen. Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich bin leider nur ein ganz kleines Licht in der Nahrungskette als Streamer. Sie ist sauer auf dem letzten Platz. Ja, das Rennen. Oh, wir hatten Front und Heckschaden. Das war wohl dann leider doch nichts bei diesem Rennen. Und dann wäre es Gott. Ja, dann würde ich aber... Also ich sag mal so, wäre ich bei Polyphonie Chef, dann würde ich da eine ganz andere Firmenpolitik fahren. Eine ganz, ganz andere. Dann würden monatlich tolle Updates kommen. Und ich würde sagen, Leute, wir müssen uns um die Server Performance kümmern. Aber leider bin ich ein ganz, ganz kleines Licht in der Nahrungskette von Gran Turismo. Als Streamer und als Fahrer. Kriss auf zwei. Der fährt hier ein solides Rennen. Kommst dann auch. Norbert vom Orbit. Was meinst du damit? Und Moin Norbert vom Orbit. Und was du hier bist. Währenddessen Monkey Dugraff hier aktuell auf drei hat aber noch einen Frontschaden. Snowman. Dicht hinten dran. Jetzt im Angriff. Porsche gegen Porsche. Aber ich glaube, das sollte für einen Snowman ja. Snowman schon vorbei. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, das muss auch mal sein. Ich glaube, das muss auch mal sein. Ja, der Monkey Dugraff hier hat es ein bisschen schwieriger. Am siebten Tag sollst du runter, als ob du wirklich so gläubig bist. Was muss denn fahren? Haha. 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 wenn dessen Atomic auf 6 vorgefahren ne das kauf ich dir auch ehrlich gesagt nicht ab Stefan, dass du so gläubig sein willst dann würdest du wenn dann hier schon mal das Vaterunser runterbeten ohne zu googeln schönen guten Nachmittag gucken nur parallel alles gleiche Nubi wenn es dich nicht zu sehr ablenkt es geht aber währenddessen aktuell auf 4 höre Mythos päpstlicher wieder Papst mein lieber Staff Gaming wenn du mir hier was verglaubst und so weiter da gibt es auch so ein paar Sachen die man drauf haben sollte Monkey D. Ruffy ja der kriegt Besuch da ist Tempestrike da und der ist wieder wo reingekracht Mikata hinten dran der hat auch einen Weihnachtsbaum Press auf 10 ganz stark aktuell ich glaube das wird ein gutes Rennen das muss reichen das wird ein sehr starkes Rennen aktuell ist Norman auf 2 sogar Epsi 11 Süßorber 12 Florian 13 Plottinger auf 14 zurückgefallen der hat einen Frontschaden und von rechts einen Schaden Chris kommt rein da bauen die Reifen sehr gut ab aber vor allen Dingen muss er rein wegen Sprit 14 Sekunden Vorsprung auf Snowman Snowman kommt auch rein der muss rein zum Nachpangen Atomic der bleibt noch draußen der hat noch ein bisschen mehr Sprit es geht da auf 2 Atomic sogar aktuell auf 1 bis zum Nachden jetzt geht er ganz stark am Atomic vorbei Chris auf 3 unterwegs mittlere Reifen drauf was mehr als 3 Viertel Vollgetankt, Vonny auf 4 das ist ein Mythos Atomic kommt rein Ball ein bisschen rausgekommen Snowman aber noch im Rennen mittlere Reifen hat er drauf der versucht jetzt länger draußen zu bleiben bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Action Atomic Gucken wir mal weiter hinter Mikata ha ist Fli hinter dran Plattlinger 13 Triss Gelbe Flagge, was ist da passiert? Der ist voran gekracht, vorne links und Frontfußstange kaputt Der ist voran gekracht, vorne links und Frontfußstange kaputt Krisslern dessen nur noch auf 2 ganz starkes Ding Der ist voran gekracht, vorne links und Frontfußstange kaputt Geremytha ist auf 3 ganz stark unterwegs Da hat es einen Norman und Vonny noch hinten dran Geremytha 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 Tentenstrike 7 Der ist schon wieder reingekracht Das war ja von vorhin noch Bleibt aber draußen Geremytha 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 Gabz Nicht so genau Geremytha 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 Gerey Geremytha Ich bin glaube ich ist wieder auf jeden Fall Lassen Plattlinger auf 10 vorgefahren, hat einen Frontschaden. Epsi, 11. Süßsau auf zu Valve Vollgetankte Weichereifen Chrismum Frontschaden Florian auf 14 Vorne Skater Frontschaden und vorne rechts einen Schaden Chrismum Frontschaden Mythos Da ist so Vorni hinten dran Snowman 5 Atomic Auf 6 Guten Abend Rivabolo Schön, dass du da bist Ja, dir auch Happy Sonntag Das ist aber wirklich eine Ehre, dass du bei mir vorbeiguckst, mein Guter Monkey Ruffy 7 Tempenstrike auf 8 Ja doch, absolute Ehre Ich hab damals gerne Ja, Support Das mach ich auch gerne Nee, aber ich hab damals ja dein Stream vom 24er da gesehen, da fand ich dann auch geil, wie du dann da gestreamt hast Wirklich mega cool Hat Linger, da ist Öbsi hinten dran Kann er ihn sich holen Bitte Nee, da kommt er noch nicht dran Süß Süß, sauer auf 12 Ja, soweit ganz gut Und Es gab halt hier und da Ja, Performance Probleme Und einer unserer Fahrer hat leider komplette Performance Probleme Ansonsten geht das an sich wirklich Ja, sowas ist tatsächlich absolut ärgerlich Jetzt ist er dran vorbeigekommen, stark Aber auf der anderen Seite Hier kriegen so viele Frontschaden und so weiter Das ist halt eine sehr anspruchsvolle Strecke, Badhurst Mount Panorama Da ist aber auch noch ein Süßauer hinten dran Da ist noch ein Süßauer hinten dran Der versucht auch dran vorbeizukommen Jetzt schnappt er sich einen Plattlinger Da ist er dran vorbei Sehr knapp Sehr knapp Jetzt gucken wir mal weiter durch Chris auf 13 Da wird vermutlich, ja, da wird umrundet Das sind Tempin Strike Atomic Monkey Raffi Äh, vorne und er hinten dran Ja, mit einem Frontschaden Atomic Keinen Schaden, noch nicht Tempin Strike Da ist jetzt auch noch die Achse kaputt Die Schaden Die Schaden Die Schaden Die Schaden Ihr mit einem Eher Möthos auf 7 Machen wir mal und dann kommentieren Danke dir Dir auch noch viel Spaß bei dem, was du machst Weiß ja nicht, was du jetzt dann noch geplant hast oder so. Deswegen. Meck hat er. Skull & Bones steht auf dem Programm. Du also auch so ein alter Halunke. Weil ich bin auch so einer. Ich zock's aber ohne streamen. Das Game ist richtig nice. Auch wenn es leider von den Medien kaputt zerpflückt wird. Also. Ja genau. Meckern kann man immer. Was ich halt nur sagen kann dazu. Man muss sich ein Piratenabenteuer vorstellen. Leider ohne. Dass man mit seinem Spieler dann kämpfen kann. Aber dafür gibt es mega geile Schiff. Also mega geile Seeschlachten. Man kann sein Schiff upgraden. Ähm. Ja. Und man. Ja. Man kann halt aus der guten alten Piratenzeit dann noch. Ja. Kann man spielen. Und ich finde das echt mega geil. Keine Frage. Also ich kann es nur empfehlen. vielleicht jetzt nicht unbedingt für 110 Euro. Weil ich habe mir die große Version gekauft. Aber. Für einen günstigeren Preis. Auf jeden Fall. Lohnt es sich. Man kann es mit bis zu zwei seiner Kollegen zocken. Auf der anderen Seite. Und. Ich habe auch schon. Gestern mein erstes Seeumgeheuer umgebracht. Also. Getötet. Das war auch cool. Kann eine lange Zeit Motivation haben. Anfang einige Stunden mit verbracht. Ich auch. Ich auch. Seitdem es. Draußen war vorher noch die Beta durchgezockt. Und man konnte ja dann sein Level. Aus der Beta. Mit ins Hauptspiel übertragen. Dann kann man noch seinen eigenen Rum produzieren. Und. Morphium. Ne Quatsch. Opium. So. So ist es richtig. Opium kann man noch produzieren. Und dann verschiffen. Das ist geil. Kann man so sein eigenes. Imperium aufbauen. Ach. Herrlich. Nikata. Annette. Box. Noch zwei Litern. Dank der Muss rein. Wie gesagt. Skull & Bounce. Klasse Spiel. Nur. Für die. 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 Sie. F хлacken. Macht mega. Laune, das Spiel. Gar keine Frage. Ist wirklich toll. Und. Es soll ja bald auch. Glaub ich schon mit. Season 1 los gehen. Das soll ja so. Spiel sein. Wo man mehr Sol. He었습니다 und so weiter. Und dann rein kommt. Und zockt. Deswegen. Für Can I go. Chris an der Box Snowman an der Box Oh, der Snowman hat einen Frontschaden Chris auch einen Frontschaden Monkey Dwarf, die kommt jetzt vorbei bleibt noch draußen, noch ein bisschen mehr drinnen Skater mit 55 Sekunden Vorsprung hat auch einen Frontschaden ich glaube, der wird jetzt gleich noch einmal reinkommen zum Schluss Stint um dann noch die Karre zu bauen, nochmal voll zu tanken oder je nachdem wie viel man braucht, weil bei 2 Minuten kann man das ja super ausrechnen und dann ja, weiterhin Auto bauen Reifen wechseln und dann Feuer frei wieder ne, wie gesagt ansonsten kann man halt noch bei Scun and Bounce sein sein Schiff ausbauen dann gibt es ja in dem Sinne Langzeit-Motivation in dem man seine Schiff also in dem man immer ein größeres Schiff kaufen kann beziehungsweise den Bauplan dafür kaufen kann dann farmt man die Rezepte dafür zusammen auch für die besseren Kanonen und für den besseren Rumpf also, dass man eine bessere Panzerung hat jetzt geht er an der Box und ja meine persönliche Meinung es ist wirklich empfehlenswert egal, was die Medien jetzt sagen weil die vergleichen das meiner Meinung nach alle die vergleichen das halt meiner Meinung nach alle mit ähm Black Flag also Assassin's Creed Black Flag aber es ist ja kein Assassin's Creed an sich das kannst du nämlich gerne adden bei Ubisoft gerne Rivadolo gerne sind zwei verschiedene Spiele definitiv definitiv Monkey Ruffy kommt rein ich werde dich gerne adden aber dann müssen wir halt gucken das war über Shareplay ähm Quatsch Shareplay jetzt über Crossplay zocken weil ich zock's halt auf der Fünfer Monkey Ruffy an der Box Frontschaden ja das sollte kein Problem sein Crossplay funktioniert ja einwandfrei hab ja heute Mittag schon mit einem anderen Kumpel am PC gezockt das hat auch super gepasst irre Mythos Platz 4 jetzt Snowman 4 Monkey Ruffy Monkey Ruffy Monkey Ruffy Monkey Ruffy 1E7 Tampenstrike auf 8 Der ist richtig top unterwegs Megatarsen Megatarsen Tampen setzt zur Schlussoffensive an Auf gehts Carsten schnapp sie dir Der ist Ne da bin ich schon vorbei Ah jetzt Auf 8 ist er unterwegs Aus 8 calves Tampen Süßsauer auf 9, Mecatar 10, Lattlinger 11 Gucken wir mal weiter vorne, Skeda gut unterwegs ergから Kinder sein! BASKETT Was heute mit Süssauerlos nicht vorne dabei sehr ungewöhnlich Ja das ist glaube ich heute einfach nicht sein Rennen Ja das ist glaube ich Snowman auf hier Gutes Rennen von der Tomek der alte Strategie Fuchs Ja der ist heute wirklich Also heute Wenn der jetzt so weiter fährt Könnte der einen starken 5. Platz nach Hause fahren Was ihm natürlich gute Punkte einbringt Für die Tabelle Go Atomic Man könnte die Raffi Tempenstrike 8 Was ist das? Was ist das? Was ist das? meckerte aufsehen also heute muss man sagen da ist allerdings tatsächlich der atomic wirklich strategie fuchs riva bolo wenn du das noch hörst ich hab dir eine anfrage geschickt über ubisoft davon die in der tabelle das wird aber ganz thematomik sehr gerne ja auf jeden fall der hat ein sauber solides rennen gefahren und dann haben jetzt wollte ich ihn gerade loben jetzt macht er den jetzt macht er den englischen rasenmäher jetzt noch mal ein platzlinger vorbei den überrundet hier mitten im berghang da schaltet der blitzschnell legt in die andere richtung um und das heck bricht nicht aus sauber solides ding schade dass bei diesem rennen gerade der lackbad ist wo er auf platz fünf fährt das ist ein richtiger strategie fuchs keine frage monkey die raffi währenddessen der hat den voli hinten dran da wird noch da wird auch angegriffen der ist nicht er ist noch neben dran da ist er nebendran trotz schaden ne schafft er leider nicht das schafft er leider nicht schade schade schokolade ihre mythos währenddessen auf jeden fall sehr gutes duell snowman hat den ihre mythos hinten dran da geht es auch noch richtig rund zwischen den beiden der umrundet gleich den platzlinger da hat sich der teamkollege gedreht von platzlinger der monkey die raffi ehemals kingsman glaube ich dieser auf jeden fall auch sehr tolles duell also heute ist wirklich auch wenn diese strecke eigentlich bei uns in der liga echt verteufelt wird heute ist wirklich mal so ein rennen da ist alles irgendwie möglich habe ich das gefühl da ist monkey die raffi ja der hat sich vorhin gedreht ist eine tolle aber schwierige strecke auf jeden fall ist jetzt nicht unbedingt meine absolute lieblingsstrecke aber ich finde sie auch sehr sehr spannend vor allen dingen sie auch vielleicht mit den gruppe 1 autos zu fahren nein ich meine jetzt nicht tomahawk oder sonst was ich meine in erster linie sowas wie ich meine in erster linie den nürburgring von von hier aus sechs Die letzten sieben Minuten. Monkey Ruffy auf 8. Daten schaden. Sauer auf 10 jetzt. Blattlinger zu Wölf. Der wurde gerade vom Teamkollegen umrundet. Chris, der macht den italienischen Rasenmäher. Hat einen Frontschaden und vorne links einen Schaden. Florian auf 14. Skeda mit 35 Sekunden Vorsprung. Kriss auf 2. 2. Ganz stark unterwegs. Snowman auf 3. Irre Mythos. 2. 2. 2. 3. Atomic 5. Der fährt hier heute wirklich eine tolle Strategie. Heute ist er wirklich ein Fuchs. Dann hat er noch das richtige Auto um ein bisschen Sprit sparsamer zu fahren. 10 Pin Strike auf 6. Das könnte eng werden zwischen denen. Auf jeden Fall. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 7. 10. 11. Es sei ihm gegönnt, bei der Strategie auf jeden Fall. Monkey D. Ruffy auf 8. Da vorne könnt ihr euch nochmal was anwarten. Ach ne. Das war eine Umrundung. Alles gleich. Irre Mythos. Ja gut, jetzt brauchen wir uns sowieso nicht mehr reinzufahren. Die letzte Minute ist da. Auf jeden Fall. Diese Brenn war der Atomic heute tatsächlich ein Fuchs. Da kann man nichts anderes sagen. Oh, no. Oh, no. Oh! Irre Mythos dreht sich. Der dreht sich. Gelbe Flagge, da ist Atomic hinten dran. Jetzt die Möglichkeit für Atomic auf den vierten Platz zu fahren. Letzte Runde. Countdown ist ab. Denkt dran, Jungs. Lasst euch überholen. Zeit fährt zueinander. Jetzt die Möglichkeit für Atomic. Ja, er kommt tatsächlich dran vorbei. Schönes Ding. Jetzt nicht überheblich werden. Chris, herzlichen Glückwunsch, Platz 2. Es geht dann noch am Fahren. Chris, Quatsch, Snowman auf 3. Herzlichen Glückwunsch. Atomic. Da ist noch jemand anderes durch, aber ich bleibe jetzt mal gerade auf Atomic. Platz 4. Glückwunsch. Irre Mythos. Platz 6. Ne, Quatsch, Platz 5. Tempenstrike, Platz 6. Warni, Platz 7. Glückwunsch, Jungs. Monkey Raffi fährt noch. Süßdauer Platz 9. Glückwunsch, Mikata Platz 10. Glückwunsch. Chris, Platz 13. Florian 14. Lattlinger. Platz 12. Skeda kommt noch. Da bleibe ich jetzt drauf. Skeda. Also mein Fahrer des Tages ist heute. Oh, da kracht er noch mal rein. Komm, fahr durchs Ziel. So, Platz 1. Glückwunsch. Ja, heute war tatsächlich der Atomic ein richtiger Strategiefuchs. Also der kann wirklich fahren, beziehungsweise der kann wirklich ein gutes Rennen abliefern, wenn der will. Alles gut, Leute. Ja, ihr Lieben, das soll es dann erstmal nochmal gewesen sein. Hier aus Australien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören und sehen uns spätestens morgen Abend, wenn die MDC wieder rollt. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin.